Hallo, haben Sie Masken oder nein? Ja, wir haben OP-Masken um 2.50 Euro oder OP-Masken mit Visier um 10 Euro oder Stoffmasken um 10 Euro. Achso, zweimal dort bitte. Ja, danke. Was kostet das? 2.50 Euro. Oh, okay. Haben Sie Bankkommate? Ja. Danke. Dankeschön. Noch einmal bitte. Ist das eine Babykarte? Ja. Ah, dann muss ich wohnen. Bitte noch einmal. Ja, danke. 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 Cool Alan. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ich habe eine Karte, um mir zu sehen.